Was geht ab? Meine liebe Freunde, willkommen zurück hier zu einem weiteren wunderbaren Video auf diesem wunderschönen Kanal. Heute mit der einen Elif Album Reaction, auf die sich mit die meisten gefreut haben, glaube ich. Ich habe in den Kommentaren und DMs von euch gelesen, dass sehr, sehr viele von euch sich wirklich auf diesen Track hier gefreut haben. Menschsein. Ich freue mich drauf. Wir haben hier als Feature 1986 und die beiden passen wirklich wie die Faust aufs Auge, würde ich sagen. Warum sagt man das überhaupt? Faust aufs Auge. Warum sagt man das? Also, ich check's schon, aber ich check's nicht, muss ich sagen, warum man das sagt. Egal, auf jeden Fall, ich freue mich sehr. 1986 haben wir uns seinen letzten Track erst vor kurzem angehört. Engel heißt der. Check die Reaction gerne ab, die ist auf jeden Fall schon online. Und ansonsten, check gerne meine Elif Reaction Blades ab mit all meinen über 30 Elif Reactions für euch. Die warten hier oben im I. Und dann würde ich sagen, hören wir rein bei Menschsein. Ich freue mich wirklich sehr auf die Kombination von den beiden. Ich gucke in den Himmelseelen Lichtstrahl. Ich frag mich, ob da jemand ist gerade. Denk an mein Bruder im Gerichtssaal. Was ist Zufall, was ist Schicksal? Boah, ganz kurz. Ich weiß, ich pausier direkt. Aber ich fand den Anfang so schön, weil ihre Stimme so ungefiltert war. Man hat so das Zungen, als sie gesungen hat und die Zunge sich wieder quasi gesenkt hat. Man hat dieses Geräusch gehört. Man hat die Betonung bei dem D am Anfang gerade sehr, sehr deutlich gehört. Achtet mal drauf. Super, super schön. Fand ich sehr, sehr schön. Das hat sich so sehr nah angehört. Sehr ungefiltert. Ich gucke in den Himmelseelen Lichtstrahl. Ich frag mich, ob da jemand ist gerade. Das D. D. Gerade. Und da war das Zungenablegen quasi. Ich hab's vielleicht eklisch beschrieben, aber ich fand's... Egal. Egal. Ich komm nicht mehr raus aus der Nummer. Boah. Was ein Einstieg. Und das Papier. Obwohl auf der Welt so viel Unglück passiert. Und ich lass die Kerzen brennen. Boah. Frag mich, ob du mir verteidst. Nicht alles Gold, was hier glänzt. Krass. Es ist nicht leicht, Mensch zu sein. Nein. Es ist nicht leicht, Mensch zu sein. Die beiden funktionieren ja so gut zusammen. Allein dieses Simple, wie Elif sagt, es ist nicht leicht, Mensch zu sein. Und dann von ihm einfach so ein Nein kommt. Aber es greift so gut ineinander. Sie sehen, wenn du fliegst, doch keiner sieht den Fall. So aufgebrochen. Doch komm und reich mit deiner Hand. Wir machen alles für ein paar Scheine. Denn die Scheiße macht uns krank. Und diese Stimme von Elif. Was soll ich sagen, Mann? Was ist das denn? Holy shit. Das ist wirklich einer der Top-Songs vom Album. Und stellt euch das live vor. Live-Performance, Duett-mäßig mit den beiden. Boah, wäre es krass. Krass. Die beiden Stimmen zusammen hören sich so gut an. Verboten gut. Boah, die Pauze auch. Auch diese Message dahinter so, es ist nicht leicht, Mensch zu sein so. Das ist so, es ist so passend. Holy shit. Boah, der Beat auch. Crazy. Auch einfach diese Vocals, wie man jetzt 1986 im Hintergrund einfach hört. Das reicht mir schon. Das ist so geil. Wir haben auch so zwei sehr, sehr einzigartige, unterschiedliche Stimmfarben hier. Oh, wenn sie mich holt, ich lass dich nicht los. Soll sie mich holen, ich lass dich nicht los. Ich gucke in der Söhne nicht dran. Krass, Mann. Ich freu mich, ob da jemand ist dran. Crazy, Mann. Ehrlich. Ehrlich. Was ist Zufall, was ist Schicksal? Wir Menschen lügen für Madonna. Wir fühlen uns wie Madonna. Das passt halt so gut, wirklich. Krass, ich mein, ich hab's vorher schon gedacht, dass die gut zusammenpassen werden. So ist es nicht, aber das ist so krass. Funktioniert, hätte ich nicht gedacht. Crazy. Boah, das ist ja pompöse Beat auch dazu. Boah, war das stark. Holy shit. Und wirklich, kann man direkt sagen, mit Abstand einer der Top-Tracks, einer der Top-Tracks vom Album. Ohne groß reden. Dieses, das hat sich wirklich angefühlt wie, boah, ich weiß es gar nicht, wie so eine dramatische Performance so, wisst ihr. Und ich kann mir deswegen auch eine Live-Performance so gut vorstellen, weil da so viel Power, so viel Emotion und Kraft drin war jetzt, dass das Live nur noch krasser sein könnte. Die beiden haben so gut zusammen harmoniert. Es war nicht so, hey, Elif singt das, 1983 singt das. Nein, das war so übergreifend. Jeder hat beim anderen Part einfach so ein paar Vocals reingeschmissen. Es war so viel Energie und so viel Emotion hier drin. Das hat so gut gepasst, Mann. Das ist ein richtig guter Song geworden. Boah, da hätte ich so gerne ein Musikvideo zu gehabt. Und ich hoffe, wir haben irgendwann die Möglichkeit und die Ehre, so etwas live zu hören und zu sehen vor allen Dingen. Da freue ich mich drauf. Bitte, bitte, bitte macht das irgendwie möglich. So ein unfassbar starker Song. Wirklich, wie gesagt, einer der Top-Songs vom Album meiner Meinung nach bis jetzt. Und, ähm, keine Ahnung, lasst mich auf jeden Fall wissen, ob es euch ähnlich geht, ob ihr genauso geflasht seid. Wie auch immer. Ähm, 1986 hat er auch mit Silbermond einen sehr starken Song gemacht letztens. Und, ähm, ich hab von seinen Solo-Sachen so ein bisschen was. Vom Red Bull Soundclash hat er Elbe von Bossa mit ihm performt. Und der Mann hat einfach so eine einzigartige Stimme und so viel Energie, die er in sich trägt, die er nach außen bringt. Ähm, boah, wirklich, wirklich, wirklich stark. Unbedingt mehr. Wir checken auf jeden Fall mehr von 1986 ab. Wie gesagt, gerade erst ist eine neue Single, Engel, abgecheckt. Schaut euch die Reaction dazu gerne an. Ansonsten, vielen, vielen Dank euch, Freunde, fürs Einschalten, fürs lange Geduld haben, bis wir diesen Song jetzt quasi abgecheckt haben. Ich freue mich sehr, wir haben noch Unendlichkeit auf jeden Fall. Und ich glaube, es könnte schon fast der letzte Song sein, den wir noch haben. Auf den freue ich mich auch unfassbar doll. Vielen Dank, dass ihr am Start seid. Vergesst heute nicht zu lachen, das Wichtigste wie immer. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns bei einem weiteren wunderbaren Video, Freunde. Bleibt einfach alle so fresh und gut aussehen wie immer und ciao.